Hallihallo und herzlich willkommen hier beim Klemmonkel zu Review Teil Nr. 2 des romantischen Restaurants von Chigao. Da steht's, jawohl. Beim letzten Mal haben wir es nämlich begonnen. Wir haben das Erdgeschoss zusammen aufgebaut. Weiter geht's mit Bauabschnitt 6. Das ist der letzte Bauabschnitt, der sich in Karton 1 befunden hat. Dann wechseln wir auch direkt zu Karton Nr. 2. Bis zu dem Punkt hier muss ich wirklich sagen, ich bin sehr begeistert von dem Gebäude. Es hat eine richtig gute Qualität. Es macht Spaß aufzubauen. Ich hatte noch keine Fehlteile. Ich hatte noch keine Fehlgüsse und ich habe schon mittlerweile ein paar Teile übrig. Dazu dann aber im Fazit nochmal ein paar Worte mehr. Ja und somit würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Wenn es was zu berichten gibt, bin ich an der Stelle wieder für euch da. Habt viel Spaß beim Zuschauen und let's go. Der sechste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Da seht ihr ihn. Eine hübsche kleine Dachterrasse. Begehbar über die Außentreppe hier. Da kann man dann einen Kaffee in der Sonne genießen oder auch ein Stück Kuchen. Nun, ich hatte jetzt im Karton 1 keinerlei Fehlteile oder Fehlgüsse. Lustigerweise sind sogar ein paar Plates übrig geblieben. Warum dem so ist, ich weiß es nicht. Ich vermute mal, die kommen noch an die Reihe. Mich würde wundern, wenn jetzt so viele Plates übrig sind. Die kleine schwarze Treppe ist auch noch übrig. Die dürfte sicherlich auch noch zum Zuge kommen. Ansonsten sei noch gesagt, ihr verbaut hier so kleine Ketten. Drei Stück an der Zahl. Hier hinten sitzt auch noch eine. Und dazu liegen diese Gussformen bei. Da seht ihr schon hier zum einen die Teile, womit die Kette befestigt wird. Und dann hier die einzelnen Kettenteile, die ihr miteinander verbinden müsst. Da müsst ihr aufpassen, die sind nicht sonderlich stabil. Die brechen ganz gerne mal durch. Es ist kein Weltuntergang, weil diese Gussteile liegen jetzt zumindest bei mir dreifach bei. Insofern habt ihr von diesen Kettenteilen genug zur Verfügung. Allerdings, wenn ihr das eure Kids aufbauen lasst, dann solltet ihr das vielleicht selbst tun. Diese Ketten, das ist sowieso eine Sache für sich. Ich persönlich bin ja immer der Meinung, solche Arbeiten sollte man lieber dem ungeliebten Nachbarn geben. Oder auch einem Menschen, der ganz gerne auch auf die Straße läuft und am Teer leckt. Aber okay, ist halt so. Wir kennen es ja schon von Kobi teilweise. Alternativ könnte man sich jetzt hier oben anstatt der Kette auch eine 1x6er-Fliese raufsetzen in schwarz. Dann hätte man halt hier drumherum die schwarzen Fliesen sitzen. Das wäre auch noch eine Option. Ich finde allerdings, rein optisch betrachtet, zieht das Ganze natürlich so schöner aus. Gucken wir uns vielleicht mal das Teil an. Das ist nämlich auch Modular. Das heißt, wir können das hier abnehmen. Und das ist auch wirklich sehr schön gestaltet. Im Übrigen, diese Kettenglieder, das sind bei mir jetzt hier 4 an der Zahl. Ihr könnt natürlich auch 5 verbauen. Das ist auch kein Problem. Aufgrund der hohen Menge. Allerdings hängen dann die Ketten ein bisschen nach unten. Ich fand es jetzt so schöner, dass es jedem selber überlassen. Nur für den Fall, dass ihr es gerne wissen möchtet, bei mir sind es 4 Glieder. Wir haben jetzt hier neben zum einen erstmal unser Treppengeländer. Was nach oben verlaufen ist. Hier noch mit den schwarzen Fliesen. Hier auch nochmal ein Stück mit schwarzen Fliesen. Auch hier sind die Fliesen wieder in ordentlichen Qualität. Hier hinten sitzt ein kleiner Baum. 6 Sitzplätze an der Zahl. 3 Tischleinen. Und hier vorne dann wirklich sehr schöne Blumenstöcke. Am Rand haben wir dann nochmal hier 2 Leuchten. Und was ich super genial finde. Schaut mal. Hier neben ist eine kleine Laterne. Da hängt auch nochmal ein Blumentopf dran. Das ist echt klasse umgesetzt. Das gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier in der Ecke auch nochmal ein kleines Schränklein. Da steht dann eine Flasche und ein Glas drauf. Also im Großen und Ganzen. Auch hier wieder sehr schön gebaut. Sehr bunt gebaut. Und auch hier wieder ist die Klemmkraft einfach hervorragend. Ich bin jetzt mittlerweile hier im Bauabschnitt 8 unterwegs. Und an der Stelle kann ich euch direkt beruhigen. Alle Plates, die übrig geblieben sind bei Karton 1, haben ihren Weg gefunden zur Bodenplatte. Das ist wirklich sehr stabil zusammengesetzt. Es überrascht mich immer wieder. Man beginnt zu bauen und denkt sich, das hält aber nicht gut. Baut man erstmal ein paar Bricks zusammen, hält das super. Die kleine Treppe hat auch ihren Platz gefunden. Ich zeige euch mal, wie die befestigt ist. Die ist nämlich hier neben an der Wand befestigt, sodass die sich auch nicht so einfach löst. Die sitzt richtig stabil. Ich weiß nicht, wozu das gedacht ist. Vielleicht kann man hier sogar später auf die Dachterrasse gehen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wir haben dann zusätzlich noch einen kleinen Kamin hier sitzen. Das ist auch richtig toll gelöst worden. Was das Glas hier unten betrifft. Im ersten Moment dachte ich mir nämlich, okay, dieses Glas sieht irgendwie dreckig, vielleicht auch so ein bisschen vergilbt aus. Aber ich kann euch beruhigen. Das ist so gedacht. Weil wir haben ja einen Kamin. Das wurde mir dann auch irgendwie klar, als ich den zusammengesetzt habe. Ist ja logisch. Kamin, Feuer, Asche. Dreckiges Glas. Also selbst da steckt eine gewisse Idee dahinter. Super. Hier haben wir nochmal das Restaurant-Schild hängen. Auch wieder bedruckt, wie wir es schon im Teil 1 gesehen haben. Hier vorne an der Frontpartie des Restaurants. Und ich möchte an der Stelle ganz gerne nochmal ein, zwei Dinge zur Klemmkraft sagen. Und zu der Qualität im Allgemeinen. Die Klemmkraft ist bis hierhin echt super. Egal, ob das die Fliesen oder auch Bricks sind. Die Qualität der Bricks ist bis auf ein paar minimale Kratzer absolut einwandfrei. Man muss halt aufpassen, wie man sie verbaut. Dann fallen die Kratzer nicht auf. Und bei den Fliesen ist es tatsächlich so, ich habe es schon im Teil 1 gesagt, ich möchte es dennoch hier nochmal von mir geben. Und zwar, ich habe bisher selten ein Set in der Hand gehabt, wenn ich mich mal nach dem richte, was ich bisher gebaut habe, das eine so gute Qualität bei den Fliesen hatte. Stichwort Blue Bricks. Wir haben glänzende Fliesen. Wir haben allerdings auch matte Fliesen. Die 1x2er. Sind wir uns mittlerweile klar drüber. Ist okay. Aber wir haben keine stark verkratzten Fliesen. Ich hatte das im Teil 1 gesagt, unten beim Fußboden. Da war eine dieser 1x3er in Rot hier. Die war ein bisschen stark verkratzt. Ansonsten, wenn man überhaupt einen Kratzer findet, dann muss man schon genau hingucken. Und dann sind das Kratzer in einem Bereich, muss man nicht drüber reden. Kleiner weiterer Wermutstropfen, der liegt hier hinten bei diesen, ja, was ist denn das? Dark Ten. Ich habe keine Ahnung. Ich zeige einfach mal drauf. Da haben wir eine 1x3er. Hier haben wir eine 1x2er. Ich weiß auch nicht, ob ihr es sehen könnt über die Kamera jetzt. Es ist tatsächlich so, dass die 1x2er bei diesem Farbton mini, mini, minimalistisch heller sind, als zum Beispiel hier die 1x3er. Ist okay. Nur, dass ihr es mal gehört habt und das dementsprechend wisst. Vielleicht ist das bei anderen Sets auch nicht der Fall. Bei mir ist es halt jetzt so. Ansonsten gibt es hier eigentlich erstmal nicht viel mehr zu sagen. Deswegen würde ich sagen, ich baue einfach mal weiter. Und wenn es was Neues gibt, sehen wir uns wieder. Es hat sich mal wieder etwas getan. Und zwar, hier haben wir jetzt einen Durchgang mit einem kleinen Bogen zur Treppe oder Leiter. Ich weiß nicht, wie es das darstellt. Ich vermute, es ist vielleicht sogar eine Leiter zum Dachboden oder so. Wir werden es sehen. Und wir haben hier einen kleinen Durchgang mit einem weißen Bogen. Warum der jetzt hier drüben weiß ist und auf der Seite irgendwie light blueish gray. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle kann man hier auch durchlaufen. Da kommt man zum Loch. Ja, was bedeutet jetzt Loch? Keine Sorge, da wird keiner eingesperrt, sondern da ist ein Loch. Wahrscheinlich soll es einen kleinen Raum andeuten. Vielleicht kommt auch noch irgendwas da hinten in die Ecke rein. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Natürlich ist es nicht so, dass man jetzt hier hinten in ein Loch fällt. Ich habe es schlicht und ergreifend verpeilt. Es ist natürlich der Durchgang zum Treppenhaus, über das ihr dann das Erdgeschoss erreichen könnt. Das nochmal als kleine Korrektur meinerseits. Im Treppenhaus zur Leiter oder auch Treppe befindet sich auch hier wie im Erdgeschoss eine kleine Lampe an der Wand auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist eigentlich genauso wie im Erdgeschoss gebaut. Hängt wieder eine Uhr. Die ist auch hier sehr schön bedruckt. Unten drunter steht ein kleiner Schrank oder auch Tisch mit zwei Gläsern, zwei Messerchen und unten nochmal angedeutet zwei Schubladen. So schräg gegenüber steht dann der Schrank mit den Getränken. Ich vermute auch hier wieder Liköre, Weine, Sekte. Man weiß es nicht. Dann haben wir auf der Seite auch nochmal ein bisschen was ergänzt. Ihr seht übrigens hier, die Treppe oder auch Leiter ist sehr schön verbaut worden. Hier integriert in die Wand. Also das hält auch wunderbar. Jetzt hätte ich fast die Blume umgeschmissen. Ja, die Blume. Ihr seht schon. Eine Blume. Ein Blumentopf auf dem Tischchen. Und links und rechts davon wunderschöne, gemütliche Sofas. Hier kommt eigentlich eine Fensterfront hin. Das ist komplett Fenster. Ich habe sie jetzt noch nicht verbaut, weil ich nochmal ganz kurz auf die Fenster eingehen möchte. Ihr seht, die liegen auch schon da hinten und hier. Ich habe es bewusst getrennt hingelegt. Die, die da liegen, sind alle super. Richtig klasse Qualität. Ich habe es schon beim Erdgeschoss gezeigt im Teil 1. Schaut es euch an. Bei den beiden gibt es ein kleines Problem. Gucken wir uns gleich an. Da haben wir wieder eine Tür. Die gucken wir uns auch gleich an. Und nur, dass ihr mal seht, was ich meine mit guter Qualität. Ich versuche es wieder mit meiner Lampe so ein bisschen ins Licht zu rücken. Ich hoffe, es klappt. Da sieht man, die sind wirklich ordentlich. Hin und wieder gibt es auch mal Staubpartikel, aber da ist nichts großartig verkratzt. Jetzt gucken wir uns mal die Tür an. Und die sieht tatsächlich besser aus als die Tür im Erdgeschoss auf der linken Seite. Die hat zwar auch wieder kleine Kratzerstellen, aber die sind in einem Rahmenbereich, sage ich mal, da stört es mich nicht weiter. Ein bisschen anders verhält sich es bei diesen beiden Fenstern. Das Fenster ist sehr stark verkratzt und das Fenster sieht aus, als hätte irgendjemand einen Fußball gegen geschossen. Also zwei der hier beigelegten Fensterscheiben sind leider nichts. Die Tür ist okay und der Rest ist wirklich in einer einwandfreien Qualität. Im Grunde bin ich jetzt auch mit Bauabschnitt 9 durch und somit mit Karton Nr. 2. Ihr seht allerdings, hier liegen noch Teile. Warum liegen die da? Weil ich euch gerne den Innenbereich noch mal zeigen möchte. Der ist deutlich erweitert worden, deswegen habe ich hier hinten die Wand mal weggelassen. Ich werde euch natürlich auch noch zeigen, wie das ausschaut, wenn es dann zusammengebaut ist. Bevor wir uns den Innenbereich allerdings anschauen, werfen wir noch mal einen kleinen Blick hier auf die großen Panoramafenster, damit ihr das einfach noch mal gesehen habt. Das sind die schönen Sessel mit dem Blumentopf dahinter. Da hat man einen wunderbaren Ausblick nach draußen. Ich muss auch sagen, bei diesem Set haben wir ja recht viele große Fenster, auch hier die große Glastür. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr sicherlich dieses Gebäude auch wunderbar beleuchten und im Dunkeln sieht das sicherlich sehr cool aus. Das noch mal so als kleiner Hinweis. Müsst ihr halt schauen, was er euch da als Beleuchtungsset holt. Ja, eine kleine Markise ist jetzt hier über der Tür, auch wieder mit schönen Slope-Teilen. Die Tür selbst trennt sich hier mit einer kleinen Holzverkleidung von den beiden Fenstern. Ich hole es noch mal ein bisschen näher ran. Da hängt eine kleine Lampe an der Wand. Ist auch eigentlich ganz sinnvoll, weil das der Ausgang zur Dachterrasse ist. Damit die Dachterrasse dann auch ein bisschen ausgeleuchtet wird. Wenn schummrig draußen wird, da sitzt man dann schön gemütlich. Hier haben wir eine kleine Leiter. Ich denke mal, zum Hochkraxeln aufs Dach sollte irgendwie hier eine Baustelle sein bei der Treppe oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle hängt sie da. Der Innenbereich, Leute. Schaut mal. Ich finde es cool. Ich finde es richtig cool. Es ist toll umgesetzt. Wir fangen mal auf der linken Seite an. Da hängt noch mal ein Bild an der Wand. Auch wieder hier ein bedrucktes Fliesenteil. Auch wieder ordentlich bedruckt. Dann haben wir hier zwei Tischlein mit Lampenschirm inklusive Transclear-Birne. Ja, die Sitzmöglichkeiten, das ist so eine Sache für sich. Ich sage mal so, im unteren Bereich im Erdgeschoss sind es glaube ich schwarze oder dunkelgraue Sitze. Ich weiß es nicht mehr genau im Moment. Auf der Dachterrasse lasse ich mir blau gefallen. Aber jetzt, wenn man sich mal so dieses Geschoss anschaut, hätte ich mir dann doch eher vielleicht auch ein grau oder auch ein schwarz gewünscht, statt diesen blau. Im Innenbereich passt das dann nicht so ganz optimal rein. Sicher, man kann es sich austauschen, aber ich meckere an diesem Set so wenig rum. Jetzt muss ich einfach mal einen Punkt finden, auch wenn es Kikifax ist, wo ich dann einfach mal meckern kann. Also, blau hätte hier vielleicht eher schwarz oder grau sein können bei den Sitzen. Sei es drum. Hinten an der Wand ist dann nochmal entsprechend ein schöner großer Schrank. Und schaut mal, hier die kleine Ecke mit dem Kamin. Ist das nicht cool? Da haben wir einen kleinen Glastisch und zwei gemütliche Sessel. Und der Clou ist, die kann man sich auch drehen. Wenn man jetzt gegenüber sitzen möchte, kann man die sich hier so zurecht drehen, kann sich schön unterhalten. Oder man dreht sie sich dann halt Richtung Kamin und schaut ein wenig dem Feuer zu. Und noch ein Clou, man kann sich sogar reinlegen, wenn man möchte. Die haben nämlich hier hinten eine Lehne, die lässt sich verstellen. Also auch eine richtig nette kleine Idee. Ja und zu guter Letzt haben wir dann hier in der Ecke auch nochmal einen kleinen Blumenkübel stehen. So, ich habe jetzt einfach mal frecherweise schon das erste Obergeschoss auf das Erdgeschoss gesetzt. Das funktioniert auch wirklich wunderbar. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Modulars, aber im Großen und Ganzen gab es da keine Probleme. Einziger kleiner Nachteil ist eine zweimal vierer Plate, diese Light Blue Shreddy hier sitzt. Die wird über vier Noppen am Unterboden des ersten Obergeschosses befestigt. Vier Noppen gucken hier raus und wenn ihr ungünstig hier gegen die Dachterrasse stoßt, kann es passieren, dass die nach innen ins Gebäude reinfällt und ihr habt da ein Loch. Wie könnt ihr dem Ganzen entgegenwirken? Ich denke mal, wenn man sich von unten vielleicht noch mit ein, zwei Plates verstärkt, dürfte das nicht mehr passieren. Aber wenn ihr das Ganze vorsichtig montiert, passiert eigentlich auch nichts. Wenn wir uns jetzt nochmal hier die Fassade anschauen, ihr habt es ja eben vielleicht bemerkt, ich hatte es ja schon hier hinten liegen, wir haben da einiges wieder an Scheiben und ich bin nicht weiter drauf eingegangen aus dem einfachen Grunde, ich habe jetzt hier bei den kleinen Fenstern, bei den etwas größeren Fenstern und auch bei der Tür eine wirklich gute Qualität. Da hatte ich nichts aus dem einfachen Grunde war ich still. Die Tür hat hier nicht so viele Kratzer, wie ich befürchtet hatte. Es sind ein paar minimale Kratzer zu sehen, aber bei den Fenstern gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Wenn ihr diese Tür einbaut, achtet darauf, dass ihr die nach innen baut. Die muss nach innen aufgehen, weil wir haben hier einen kleinen Balkon. Mal gucken, ob ich die jetzt aufbekomme. Jawohl. So geht sie nach innen auf. Da ist auch genug Platz im Innenbereich, dass das funktioniert. Der Balkon selber hat hier zwischen Tür und Geländer eine Noppe Platz. Das heißt, ihr könnt euch da auch wunderbar eine kleine Minifigur auf den Balkon stellen, die dann runter schaut. Das funktioniert auch super. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal drehen, haben wir hier drüben unsere Ausgangstür zur Dachterrasse. Die geht auch auf, wenn ich es hinbekomme. Da kann man rein und raus laufen. Zack, zu ist sie. Und wenn wir das Ganze nochmal drehen, da sehen wir dann hier unseren Überhang über dem Küchen- Aus- und Eingang und dem Mülleimer- Container. So schaut es bisher aus. Jetzt fehlt nur noch das Dach und dann hätten wir das Set eigentlich soweit fertig. Und bisher, ich kann da nicht viel mehr zu sagen, als es macht einfach nur einen riesen Spaß. Bei der Dachkonstruktion geht Jigao interessante Wege. Ich habe jetzt hier für euch mal den Bauabschnitt 10 fertig gestellt und ihr seht es vielleicht schon, der besteht nicht nur aus normalen Klemmbautechniken, sondern auch aus Technikteilen. Das hier, wir haben diese Seite und die Seite hinten, die sind identisch gebaut. Das ist beidseitig gleich. Wir haben hier hinten zwei Fenster, wir haben da zwei Fenster, wir haben hier exakt dieselben Pinne verbaut wie hier hinten. Ich zeige euch einfach mal nur die Seite. Zu den Fenstern kann ich euch auch direkt sagen, da müssen wir nicht großartig rumdiskutieren, die haben eine sehr gut in der Qualität. Das einzige kleine Manko, was ich mir vielleicht nochmal ein bisschen anders gewünscht hätte, wir haben hier Standard Pinne in Light Blue Scray, aber wir haben dann wiederum Achspinne in so einem Gelb Beige Ton. Die hätte man jetzt natürlich auch Light Blue Scray beilegen können, die gibt es auch in Light Blue Scray allerdings will ich auch nicht zu viel kritisieren, weil es blau, nur dass wir mal kurz drüber gesprochen haben. Ja, diese Verkleidung hier, ich bin mir echt unschlüssig, ob ich die je schon mal in den Händen hatte, vielleicht hatte ich sie tatsächlich schon mal bei einem anderen Bausatz in Händen, aber im Moment sagt die mir absolut nichts. Auf alle Fälle interessante Farben, ja, hier dieser Blauton sehr schön, die sind komplett befestigt über dass man hier in den Innenbereich reinkommt, denke ich mal. Und auch die haben eine ordentliche Qualität, auch hier gilt wieder an manchen Stellen ganz dezente Kratzerchen, aber auch wieder nichts, was man großartig ansprechen müsste. Diese Zaunteile, die ebenfalls auch auf der anderen Seite verbaut sind, sind nicht grau, sondern silbergrau und im Innenbereich haben wir dann nochmal ein paar Fliesen verbaut, auch hier wieder super Qualität, super Klemmkraft, alles wunderbar, eine kleine Sitzbank und ein Schränkchen mit einer Flasche drauf. Wir haben sozusagen jetzt das große Finale erreicht. Die Dachkonstruktion ist fertiggestellt und bis auf ein kleines Manko, was ich euch gleich noch zeigen werde, wenn das Ganze auf dem Gebäude sitzt, habe ich eigentlich überhaupt nichts zu meckern bei der Dachkonstruktion. Das ist mal eine weitere Schicht auf die Pinne gesteckt worden, damit das optisch einfach besser aussieht, ist ganz klar. Die Seite hatten wir schon gebaut, die hier drüben habe ich jetzt ergänzt. Das ist vom Prinzip her identisch. Es ist eigentlich auch sehr einfach und schnell aufzubauen. Muss man auch sagen, dass was sehr komplex zu bauen war, das waren halt jetzt gerade das Erdgeschoss und der zweite Stock beim Dach, das ist eigentlich wirklich sehr fix aufgebaut. Sehr schön ist auch hier oben die Verkleidung auf dem Dach, gelöst mit diesen kleinen Einsteckteilen und Hämmerchen, die auf diese aufgeklipst werden. Interessante Idee, schönes Design, habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen, man lernt doch nie aus. Und wenn wir uns jetzt mal hier die andere Seite anschauen, da sehen wir, wir haben noch eine Dachterrasse, richtig, wir haben zwei Dachterrasse bei diesem Set, wobei die Dachterrasse, die wir uns ja bereits angeschaut hatten, die würde ich als Kaffee Dachterrasse benennen und diese hier, die läuft dann eher unter der Kategorie Grill Dachterrasse. Wie komme ich auf Grill Dachterrasse? Gucken wir mal hier in die kleine Ecke rein, da steht das weiß ich nicht, das kann ich nicht ganz zuordnen, auf alle Fälle, was ist das für ein Teil, das ist natürlich kein Kopierer, nein, sondern wenn man hier den Deckel hochklappt, sieht man, es ist ein kleiner Grill und das ist echt eine super nette kleine Detailidee, das gefällt mir richtig, richtig gut. Was mich ein bisschen wundert bei diesen Rostteilen, wir hatten das ja bereits hier haben wir die in normalem Standard Grau Farbton, warum das jetzt beim Dach anders gemacht wurde, gerade beim Grill, weiß ich nicht, ich hätte es halt ganz cool gefunden, wir hätten jetzt hier oben auch das Silbergrau, die sind auch noch mal hier hinten verbaut, da sind sie ebenfalls in normalem Grauton gehalten, weiß wahrscheinlich nur Chigao, ja des weiteren haben wir hier jeweils an jeder Ecke Blumentopf auf einem kleinen Tischchen hier auf der Terrasse da ist ein kleines Schränklein mit einer Flasche und einem Glas wir haben zusätzlich vier Sitzmöglichkeiten zwei Tische einen weiteren kleinen Tisch vielleicht eine Art Stehtisch wenn man sich nicht hinsetzen möchte oder ähnliches zum hinlegen von irgendwelchen Dingen und da gibt es ein kleines Manko bei der Rundfliese die hat jetzt keinen direkten Kratzer das ist mehr so ein Striemen auf der Oberfläche ich weiß nicht was das genau ist ich kriege es auf alle Fälle nicht weg deswegen möchte ich es an der Stelle einfach mal kurz angemerkt haben die anderen Fliesen sind wie bisher in einer wirklich sehr guten Qualität ja und dieses Teil hier kann man jetzt sowohl nehmen zum hinstellen von irgendwelchen Getränken oder so und zum anderen ist das einfach eine Abtrennung für den Durchgang der dann ins Stockwerk unten runter führt nämlich über die Treppe die bereits gebaut wurde wie angekündigt möchte ich zum Schluss beim Dach nochmal auf eine Problematik eingehen wo ich der Meinung bin da wurde nicht so ganz logisch mit gedacht ich habe euch hier die äußere Verkleidung nochmal geöffnet um das besser zeigen zu können wir haben jetzt hier im Innenbereich die Bank mit dem Schränkchen und der Flasche und wir haben hier einen Bereich wo man nach unten durch schauen kann ins untere Stockwerk was ich nicht verstehe wie kommen denn die Leute hier zu der Bank es gibt keinerlei Zugang weder hier über eine Treppe noch dass von außen eine Tür vorhanden wäre ich meine wenn ich diese Dinger wieder hoch klappe ist alles dicht da fehlt mir so ein bisschen die Logik ich glaube da wurde tatsächlich nicht dran gedacht insofern ja das ist natürlich jetzt ein kleiner fehl an der Stelle ich lasse mir natürlich an der Stelle jetzt nicht nehmen euch auch nochmal die Dachterrasse zu zeigen die wollt ihr sicherlich nochmal sehen und in Verbindung damit achtet doch mal darauf wie denn so die Spaltmaße bei den Modulen sind weil ich muss ehrlich zugeben das sieht super aus ich habe hier keine großartigen Spaltmaße feststellen können man sieht es vielleicht an ein zwei Stellen ein wenig aber im großen und ganzen ist das wirklich sehr schick gebaut ich drehe es mal so ein bisschen um 360 Grad hier könnt ihr dann Modulgebäude befestigen auf der Seite hier haben wir erst mal diese Seite schaut mal ob ihr seht wo denn die Module sitzen gut man wird es vielleicht schon sehen wenn man es weiß aber wenn man es nicht weiß könnte man meiner Meinung nach durchaus denken es handelt sich um komplett gebautes Gebäude hier haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit Modulgebäude zu befestigen wir können auch nochmal kurz ein bisschen ranfahren dass ihr das nochmal seht mit der Dachterrasse also wirklich sehr sehr schön auch hier vorne gut hier sieht man es gerade ein klein wenig mehr da fällt es jetzt tatsächlich ein bisschen auf ich habe es vielleicht auch einfach nicht fest genug gedrückt aber im großen und ganzen also mal ehrlich Leute es ist wirklich ein tolles Gebäude solltet ihr jetzt gedacht haben der Klemmonkel springt nun direkt ins Schluss Fazit dann muss ich euch enttäuschen ich habe nämlich noch was für euch fünf minifiguren die habe ich ganz zu beginn zusammengesetzt habe sie mir aber extra mal bis zum Schluss aufgehoben so als kleine schmank und bevor wir uns die anschauen ihr bekommt noch zusätzlich ein süßes kleines Kätzchen die ist wirklich süß dann ein Croissant das könnt ihr dann auf irgendeinem Tisch befestigen fest wie auch immer eine kleine Gitarre die lässt sich über diesen kleinen Stift in die Hände der Minifiguren setzen dann haben wir hier noch so einen Besen und wenn wir uns jetzt mal auf die Minifiguren konzentrieren die entsprechen natürlich nicht den normalen Standard Figuren wie man sie vom Markenhersteller kennt die einen sagen sich ich möchte die Standard Figuren die anderen sagen sich ach das ist mal was anderes das ist mal was Neues das finde ich ganz cool und ich muss sagen jetzt von der reinen Umsetzung her wie die ausschauen die haben so recht goldige Gesichter finde ich finde ich gar nicht mal verkehrt gut es passt dann natürlich nicht zum Markenhersteller ist ganz logisch aber so als ich sag mal Vitrinen Modell was man sich irgendwo ins Regal stellt da machen die sich vielleicht gar nicht mal so übel bei dem Set dabei sie sehen natürlich alle anders aus haben andere Drucke auf ihrer Kleidung wir haben hier einmal Männlein einmal Weiblein dabei ich zeige euch gleich noch die restlichen vier Minifiguren haben auch unterschiedliche Gesichtsfarben mal ein bisschen dunkler mal ein bisschen heller andere Frisuren der Gesichtsausdruck weicht auch je Minifigur etwas ab und was hier auch ein großer Unterschied ist die haben sehr viele Bewegungsmöglichkeiten bei den einzelnen Gliedmaßen seien es jetzt hier die Arme oder auch kann sich seitlich drehen das geht die Beine lassen sich nicht nur nach vorne und hinten sondern auch seitlich bewegen und der Kopf lässt sich natürlich auch drehen das geht jetzt hier gerade ein wenig schwer aber es funktioniert schon man kann dann auch den Kopf nach oben heben oder nach unten senken also rein technisch betrachtet ist das natürlich ein bisschen was anderes als die Standardfiguren von Markenhersteller Nachteil ist allerdings bis ihr die zusammengesetzt habt bekommt ihr die Krise weil ihr jedes einzelne Gelenk miteinander verbinden müsst da habe ich echt ein bisschen für gebraucht machen wir mal mit der zweiten Figur weiter hier seht ihr schon sie hat ein bisschen helleres Gesicht das ist ein Mädel auch wieder mit einem anderen Aufdruck am Körper dann haben wir noch dieses Figur auch wieder mit etwas hellerem Gesicht sie hat so ein bisschen diesen asiatischen Touch würde ich sagen dann haben wir noch dieses eine Minifigur erinnert mich so ein bisschen an Müllmann hier wieder mit etwas dunklerem Gesicht und auch er guckt so ein bisschen oder ist es ein sie ich weiß es gar nicht auf alle Fälle etwas genervt und zu guter Letzt und das ist so ein bisschen mein Problemkind die Dame hier sehr schick aber Problem hier der Kopf hält nicht ihr seht das schon ich habe ihn gleich in der Hand da scheint irgendwie die Verbindung nicht so ganz optimal zu sein ist ein bisschen schade gut wenn sie da steht oder da sitzt stört das nicht weiter es sei trotzdem hier kurz erwähnt ihr könnt auch wunderbar diese Minifiguren entsprechend auf irgendeinen Stuhl oder eine Bank setzen das passt wunderbar die lassen sich auch hier über die Beine wunderbar fest noppen also auch hier an der Stelle wieder sage ich mal es ist eine schöne Sache eine schöne kleine Beigabe warum eigentlich nicht es ist mal was anderes und jetzt kommen wir zum Schluss Fazit ach ja immer diese großen Sets die man so schlecht komplett auf die Linse bekommt ich bin jetzt einfach mal mit dem Stuhl einen Kilometer nach hinten gefahren ich denke mal jetzt seht ihr auch alles und vielleicht nochmal als kleine Ergänzung zu den Minifiguren ich habe es probiert mit den normalen Stühlen da könnt ihr sie befestigen jetzt wollte ich eine der Minifiguren hier vorne auf die Bank setzen und habe festgestellt okay da funktioniert es nicht mit den normalen Stühlen geht das ihr könnt sie auch ganz normal irgendwo auf die Noppen stellen das hält auch ihr habt es ja gesehen aber sobald irgendeine Fläche ist mit mehr als zwei Noppen geht das mit dem befestigen nicht also über zwei Noppen könnt ihr so wunderbar irgendwo befestigen aber mit vier Noppen ist es schwierig die Stühle haben ja bekanntlicherweise zwei Noppen und hinten die Rundungen da funktioniert das allerdings ganz gut ja ich habe keine Fehlteile ich habe keine Fehlgüsse ich habe diese Teile übrig das sind ein paar das sind nicht allzu viele lustigerweise sind diese Teile alle aus Karton 1 bei Karton 2 und 3 gab es nie Teile die übrig waren ich hatte aber auch immer dieses gute Gefühl beim Bauen dass mir nichts fehlt das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen was schade ist ist halt die Sache mit den Aufklebern ich hatte es ja bereits ich glaube im Teil 1 schon gesagt gehabt warum ich die nicht anbringe schaut einfach mal in den Teil 1 rein und hier sehen wir dann in der Tüte ich habe sie noch mal in die Tüte reingetan die beiden Gussteile für die Ketten also da ist auch einiges übrig geblieben was ein bisschen merkwürdig ist da ist die Gitarre aber der Besen ist irgendwie viel zu groß für die Minifigur der ist größer als die Minifigur selber deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal weggelassen und habe ihn dementsprechend an keiner Minifigur befestigt ich wollte es eigentlich erst machen aber es ist ja wurscht auf alle Fälle er ist dabei ihr habt es gesehen mit der Anleitung lässt sich wunderbar aufbauen es macht Spaß ich hatte es auch schon im Review Teil 1 ergänzt gehabt ich sagte ursprünglich es sind glaube ich 76, 72 ich weiß es nicht mehr was Bauschritte laut Anleitung da hatte ich aber noch nicht durchgeblättert das sind natürlich deutlich mehr lasst es mal so 300, 320 oder so insgesamt sein es wird in der Bauanleitung nicht direkt deutlich aber man beginnt dann irgendwann mal wieder bei 1 arbeitet sich hoch bis Bauschritt was weiß ich 60, 70, 80 und dann geht es wieder bei 1 los also sind natürlich hier mehr als in die 70 Bauschritte bei 3500 irgendwas teilen wäre das sonst ja doch recht unübersichtlich man kann auf alle Fälle gut damit bauen aber ja gut die Altersempfehlung von 6 Jahre die würde ich hier tatsächlich eher nicht anraten für einen 10 jährigen oder eine 10 jährige ist das vielleicht eher was aber mit 6 jahre ist das dann doch schon noch zu komplex meiner Meinung nach es macht auf alle Fälle richtig Laune die Qualität passt hier einfach es gibt zwar den ein oder anderen Kratzer auf einer Scheibe oder auch mal auf einem Brick die Fliesen sind tibbi tobi das hat richtig Freude gemacht weil ich da überhaupt so gar nichts großartig gefunden habe was Kratzer angeht ich habe es euch ja x-mal während des Reviews gesagt ich muss es hier einfach nochmal sagen also so eine Qualität habe ich bei Chigau tatsächlich nicht erwartet und ich denke mal hier stehen wirklich alle Türen offen dass wir uns da irgendwann nochmal ein weiteres Set anschauen ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben ob ihr das sehen möchtet ihr könnt gerne auch andere Dinge in die Kommentare schreiben von mir gibt es hier auf alle Fälle eine glatte Kaufempfehlung schaut es euch wirklich mal an es macht übelst Laune ich habe es mir jetzt bei der Klemmbaustein Welt bestellt unten in der Videobeschreibung ist der entsprechende Link das ist ein Affiliate Link ich würde mich freuen falls ihr daran Interesse habt dieses Set auch mal aufzubauen und das dort bestellt dass ihr vielleicht den Link nutzt dann habe ich auch eine Kleinigkeit davon das kostet euch nichts extra und ihr würdet mich damit einfach ein bisschen noch hier auf dem Kanal unterstützen ansonsten lasst gerne ein Abo da ein Däumchen und vielleicht schaltet er wieder mal ein wenn wir was Neues zusammensetzen danke fürs zugucken passt auf euch auf bleibt gesund bis mal wieder euer Klemmonkel tschüss ihr lieben